Herzlich Willkommen zum Matt-Rätsel vom 28. April 2022. Weiß am Zug setzt den 3-Zügen-Schach-Matt. Und es muss hier mit einem Abzugsangriff beginnen. Abzug-Schach. Und das Abzug-Schach lautet Turm A7-Schach. Ganz wichtig, damit der König nicht über C7 weglaufen kann. König B8, einziger Zug. Und jetzt, ganz wichtig, jetzt kommt die Dame. Dame B5, Schach, König schlägt A7, einziger Zug. Dame B7, Schach-Matt. Ich hoffe, das war nicht zu schwierig. Und ihr hattet hier ein Erfolgserlebnis. Und ein weiteres Erfolgserlebnis folgt dann morgen beim nächsten Rätsel. Macht's gut.